Ja, liebe Freunde, heute ist nun endlicher Tag gekommen und ich wende mich auf den Weg nach Akta von Taraplus, also Arabisch Taraplus und in Europa wird es ja Tripoli genannt, nicht zu wechseln mit Tripolis, in Libyen, Libyen übrigens nicht Libyen und ja, unser LKW ist voll beladen mit meinen ganzen Klamotten und wir befinden uns jetzt auf einer der Autostellen, Schnellstraßen, so genannten, von Taraplus, Tripoli nach Akkar, in den Norden, in die Berge. Alle meine Freunde meinen, es wäre für mich dort sicherer und besserer und naja. Das einzige, was ich vermissen werde, ist wirklich das Meer. Das nächste, was ich vermissen werde, ist wirklich das, was ich vermissen werde, das nächste, was ich vermisse, das nächste, was ich vermissen werde, Was soll ich sagen? Ich muss mich den politischen und den, ja, wie soll ich sagen, geopolitischen Verhältnissen hier im Land anpassen. Und gerade als Ausländer und speziell als, ja, deutscher Ausländer muss man hier besondere Vorsichtskehrungen, ja, oh Gott, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, ist so heiß. Und deshalb ziehe ich mich jetzt auch, wie viele andere Libanesen auch, in die Berge zurück und werde dort erst einmal die nächsten Monate abwarten und sehen, wie es sich entwickelt. Also, ganz liebe Grüße, euer Marco hier aus Libanon. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.